Der neunmalige deutsche Basketballmeister Bruce Bamberg hat in der Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Vier Tage nach der Heimniederlage gegen Titelverteidiger Bayern München, 75 zu 80, ging auch das Oberfranken-Derby gegen Midi Bayreuth in eigener Halle verloren. Bamberg unterlagt 84 zu 94, 43 zu 43. Nach der offenen ersten Hälfte gerieten die Bamberger im dritten Viertel, 17.27 Uhr, auf die Verliererstraße. Die Gäste behaupteten ihre Führung in den letzten zehn Minuten. Mann des Abends war Bayreuths US-Forward Deemon Brooks mit 26 Punkten und 9 Rebounds. Bayreuth zog nach Punkten mit Bamberg gleich beide 18 zu 8 und verdrängte den Gegner von Tabellenplatz 4. Punkt. Bronze Bamberg, Midi Bayreuth 84 zu 94, 43 zu 43. Beste Werfer, Jelowatz, 19, Hegmann, 17, Hegmann, 11, für Bamberg, Brooks, 26, Seifert, 18, Robertson, 15, Roward, 13, Thomas, 10, für Bayreuth Zuschauer, 6150. Musik Musik Musik